Lohnt es sich überhaupt noch, einen Lithium-Eisenphosphat-Akku selbst zu bauen? Beziehungsweise welche Nachteile hat man, wenn man sich einen fertigen Akku kauft? Wenn dich das interessiert, dann bleib dran! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner Werkstatt. Ich bin der Michael und heute geht es um einen Vergleich von selbstgebauten Lithium-Eisenphosphat-Akkus zu fertigen Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Ich habe ja die beiden Akkus für unsere beiden Camper mit Winstenzellen, also Lithium-Eisen-Ytriumphosphat-Zellen, selbst gebaut. Und ich bekomme immer wieder die Frage, ob ich das wieder tun würde. Die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Nein, würde ich genauso nicht wieder tun. Denn das ist viel zu teuer und so in meinen Augen nicht mehr stand der Technik. Ist viel zu teuer. Schauen wir uns mal die Kosten an. Ich habe damals für das Material, für den ersten Akku, dem für unseren Sprinter, 1600 Euro bezahlt. Davon ungefähr 1075 Euro für die Zellen. Das sind 160 Ampere-Stundenzellen, wie gesagt, Winstenzellen, Lithium-Eisen, Ytriumphosphat-Zellen. 370 Euro für das BMS, das ist ein Libro-BMS. Bei den 370 Euro sind aber auch die Relais dabei, mit denen ich letzten Endes dann den Akku abschalte, beziehungsweise wieder zuschalte. Und der Rest ist Installationsmaterial, Kleinkram und fürs Gehäuse draufgegangen. Zu dem Akku, wie der aufgebaut ist, gibt es im Video, verlinke ich da oben. Den zweiten Akku in unserem Jeep mit 100 Ampere-Stundenzellen habe ich dann ein paar Jahre später gebaut. Aber im Prinzip ist der genauso aufgebaut. Und zudem habe ich ein sehr ausführliches Video quasi als Bauanleitung gemacht. Verlinke ich auch oben. Was würde der Akku heute kosten? Also der 160 Ampere-Stunden-Akku. Ich habe nachgeschaut, die Zellen kosten tatsächlich noch genau das gleiche wie damals in der EU. Also 1075 Euro circa. Das Libro-BMS kostet auch noch genauso viel. Die Relais sind auch noch genauso teuer. Und ich habe jetzt mal gesagt, das ganze Kleinkram, das habe ich jetzt nicht separat nachgeschaut. Aber das ganze Kleinkram-Installationsmaterial kostet auch in etwa noch das gleiche. Also das heißt, auch heute würde dieser Akku 1600 Euro kosten. Wenn man die Zellen jetzt nicht in der EU kaufen würde, sondern bei Alibaba oder AliExpress, dann wären die erstmal günstiger. Bei Alibaba zum Beispiel 760 Dollar. Da kommen aber noch 130 Dollar für den Versand drauf. Und natürlich, wenn die dann importiert werden, Einfuhr, Umsatzsteuer und Zoll. Also kommt man ungefähr so bei 1000 Euro raus. Also sind etwas günstiger, aber es nimmt sich nicht so viel. Zur besseren Vergleichbarkeit für die folgenden Betrachtungen. Das ganze jetzt nochmal mit 200 Amperestundenzellen. Die Kosten in der EU 1124 Euro. Also kaum mehr als die 160 Amperestundenzellen. Ungefähr 50 Euro mehr. Der ganze Rest bleibt gleich und somit komme ich dann auf den Preis für diesen Akku mit 200 Amperestunden von 1650 Euro fürs Material. Jetzt habe ich eben gesagt, das ist in meinen Augen nicht mehr Stand der Technik. Das BMS besteht aus pro Zelle einer einzelnen Platine, schaltet bei Unterspannung und Überspannung ab. Und das steuert dann Relais an, die den Akku abschalten. Heutzutage gibt es deutlich modernere Batteriemanagementsysteme. Also zum Beispiel das weitverbreitete, oder zumindest bekommt man immer den Eindruck, es ist das weitverbreitetste. Das DALI BMS oder auch das JK BMS. Die sind auch deutlich günstiger. Das DALI BMS bei Amazon für vier Zellen um die 70 Euro in der Leistungsklasse, wie ich jetzt halt auch hier meinen selbstgebauten Akku habe. Das JK BMS so um die 125 Euro. Und dann gibt es ja auch mittlerweile andere Zellen, die Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen ohne Yttrium. Ich sage jetzt mal salopp die blauen Zellen oder die schwarzen Zellen. Da gibt es verschiedene Hersteller. Bei denen mit Yttrium gibt es halt nur Winsten. Diese Zellen sind deutlich günstiger. Und da habe ich jetzt mal einen Preis gefunden, den günstigsten in der EU, den ich so oft die Schnelle gefunden habe. Das sind 620 Euro für vier Zellen. Das sind jetzt wie gesagt wieder Zellen aus der EU. Also die sind schon aus China in die EU importiert und über einen europäischen Händler. Das heißt, da habt ihr schon mal eine Gewährleistung, eine Garantie. Weil bei diesen Zellen kann es natürlich auch sein, wenn ihr die in China direkt bestellt, dass ihr Schrott bekommt. Und weil ich solche Zellen noch nie gekauft habe und mich damit noch nicht intensiv befasst habe, kann ich euch keinen Händler empfehlen. Und somit habe ich jetzt auch keinen Preis bei Alibaba oder Aliexpress ausgesucht. Gehen wir mal von aus, da sind die vielleicht auch nochmal 10% wie bei den Winsten-Zellen oder vielleicht um die 100 Euro günstiger. Das heißt, in Summe inklusive Gehäuse- und Installationsmaterial komme ich ungefähr auf so 700 bis 800 Euro für einen 200 Amperestunden Akku. Wenn ich die Zellen direkt in China kaufe, komme ich wahrscheinlich auf so 600 bis 700 Euro für den kompletten Akku. Also das heißt, schon mal deutlich günstiger als den Akku, den ich selber gebaut habe. Der Nachteil dieser Lithium-Eisenphosphat-Zellen ohne Yttrium ist, sie können bei Minusgraden nicht geladen werden. Damit würdet ihr die Zellen beschädigen. Die Winsten-Zellen können das, ich glaube bis minus 20 Grad kann man die laden. Ich würde jetzt aber beide Technologien trotzdem gleichsetzen, weil, wie gesagt, unseren Akku fahren wir mittlerweile seit sieben Jahren durch die Gegend. Und die Ladetechnik, die bei uns verbaut ist, die ist auch temperaturgesteuert. Also das sind Ladegeräte, die für Lithium-Eisenphosphat geeignet sind und die laden bei negativen Temperaturen nicht. Und das war nie ein Problem. Das heißt, wenn ich jetzt einen Lithium-Eisenphosphat-Akku habe, der auch bei negativen Temperaturen nicht geladen wird, dann habe ich keinen Unterschied zu unserem Akku im Sprinter. Das heißt, die Tatsache, dass Lithium-Eisenphosphat-Zellen bei Minusgraden nicht geladen werden können, ist aus meiner Erfahrung heraus für unser Nutzungsprofil, sage ich mal, kein relevanter Nachteil. Das heißt, wenn ich heute nochmal so einen Akku bauen würde, dann würde ich auf die aktuelle Technik zurückgreifen. Dann würde ich wahrscheinlich ein JK-BMS verbauen, das finde ich sehr sinnvoll, und ich würde normale Lithium-Eisenphosphat-Zellen benutzen. Und dann käme ich ungefähr bei 800 Euro fürs Material raus, das heißt ungefähr die Hälfte von dem, was unser Akku gekostet hat. Wenn dir jetzt diese Temperaturthematik besonders wichtig ist, wie gesagt, mir ist sie nicht wichtig, aus meiner Erfahrung heraus, wenn sie dir wichtig ist, dann kannst du ja auch Winstenzellen nutzen und halt eines der modernen BMS. Dann kommst du ungefähr bei 1400 Euro für einen 200 Ampere-Stunden-Akku raus. Also wenn ich nochmal einen Akku selber bauen würde, dann würde ich den heute anders bauen als damals. Aber die Frage, ob ich selber bauen würde, die ist ja noch nicht beantwortet. Und dazu schauen wir uns mal an, was es für fertige Akkus gibt. Nehmen wir mal den bekannten deutschen Hersteller mit dem Löwen. Da kostet ein 200 Ampere-Stunden-Akku ungefähr 1800 Euro. Da habe ich dann einen BMS, wo ich mit Bluetooth drauf zugreifen kann, alle Parameter auslesen kann. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich da überhaupt großartig was einstellen kann. So tief bin ich da im Detail nicht drin. Und dann gibt es noch den Hersteller mit den blauen Geräten. Da kostet so ein 200 Ampere-Stunden-Akku ungefähr 2400 Euro. Also deutlich teurer als mein Selbstbau. Auch bei dem kann ich dann mit Bluetooth auf das BMS zugreifen, kann mir alle Parameter anschauen, kann mir die einzelnen Zellspannungen anschauen etc. Die BMS von den beiden genannten Akkus schalten bei negativen Temperaturen das Laden ab. Also das heißt, die könnt ihr nicht vom BMS aus nicht aufladen. Das heißt, ihr müsst euch bei eurer Ladetechnik da im Prinzip keine Gedanken machen. Und dann gibt es da noch die Alternativen aus China. Da hinten habe ich vier Stück stehen. Alle Lithium-Eisenphosphat-Zellen werden in China produziert. Das wahrscheinlich meistverwendete BMS, das DALI-BMS, ist von einem chinesischen Hersteller, genauso das JK-BMS. Warum also nicht einen kompletten fertigen Akku aus China kaufen? Diese hier kosten jeweils unter 1000 Euro. Das sind alles 200 Ampere-Stunden Akkus. Kosten alle unter 1000 Euro, wenn ihr ein gutes Angebot erwischt, sogar unter 900 Euro. Hier liest und hört man viele skurrile Dinge, wo man direkt von chinesischen Akkus pauschal abraten würde. Da passt die Kapazität überhaupt nicht überein. Da sind ganz andere Zellen verbaut. Die Verarbeitungsqualität ist schlecht. Und viele andere Dinge. Ich würde also auf keinen Fall jeden beliebigen Akku aus Fernost kaufen. Schon gar nicht, wenn der einen viel zu geringen Preis hat. Über die vier Akkus, beziehungsweise die Hersteller dieser Akkus, habe ich noch nichts Negatives gehört. Und auch die vier Akkus, die habe ich alle getestet, halten alle Parameter ein und funktionieren. Das BMS funktioniert. Und sie haben alle vier, fünf Jahre Garantie. Ja und was können die jetzt und was können sie nicht? Drei von denen haben BMS, was wahnsinnige 200 Ampere Lade- und Entladestrom über Dauer kann. Und das habe ich auch getestet. Kurzzeitig bis 400 Ampere. Die gibt es auch mit anderem BMS. Dann können die 100 Ampere, beziehungsweise kurzzeitig 200 oder 250. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Alle BMS von diesen vier Akkus schalten bei kritischen Zuständen ab. Je nach Hersteller mal früher, mal später. Und einer von denen schaltet sogar bei negativen Temperaturen ab. Also verhindert das Laden und auch das Entladen bei negativen Temperaturen. Das heißt aber im Umkehrschluss, drei von denen schalten bei Minusgraden nicht ab. Da müsst ihr euch halt dann mit der Ladetechnik drum kümmern. Braucht ein Ladegerät einen Temperatursensor, was verhindert, dass bei Minusgraden geladen wird. Weil sonst könnt ihr den Akku beschädigen. Ist aber heutzutage kein Problem. Außerdem die Ladegeräte, vor allem die, die für Lithium-Eisenphosphat gedacht sind, haben diese Temperatursteuerung oder zumindest die Option, dass man die nachrüsten kann. Und das ist jetzt wirklich der einzige wirkliche Nachteil, den ich sehe. Weil in unseren Breiten haben wir halt negative Temperaturen. Und es muss halt verhindert werden, dass die dann geladen werden. Also nicht jeder Akku aus China ist per se schlecht und hält die Parameter nicht ein. Die, die ich getestet habe, funktionieren. Das BMS funktioniert. Die Leistungsdaten stimmen. Die Kapazität stimmt. Auf das jeweilige BMS dieser Akkus hat man allerdings keinen Zugriff. Also man kann per Bluetooth nicht darauf zugreifen. Man kann nichts einstellen. Man kann keine Parameter ändern. Ich persönlich sehe das nicht als so großen Nachteil. Bei meinem selbstgebauten Akku kann ich auch nicht darauf zugreifen. Zu jedem dieser Akkus gibt es einen ausführlichen Test, wo ich Kapazität, Leistung etc. teste. Sobald die Videos online sind, verlinke ich sie unten in der Videobeschreibung. Also dann fahren wir das mal ein bisschen zusammen. Wenn ihr rein nach dem Preis geht, dann ergibt sich folgende Reihenfolge. Der günstigste Akku ist ein selbstgebauter Akku mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen, also ohne Yttrium, und einem DALI bzw. JKBMS. Da seid ihr bei 700 bis 800, bzw. wenn ihr die Zellen in China kauft, wahrscheinlich so 600 bis 700 Euro. Als nächstes kommen dann schon die chinesischen Fertig-Akkus. Die kosten kaum mehr als die Komponenten für einen Selbstbau. Mit 800 bis 1000 Euro, wie gesagt, je nach Angebot. Dann käme an dritter Stelle mein selbstgebauter Lithium-Eisen-Yttriumphosphat-Akku mit Winston-Zellen und Libro-BMS oder mit einem DALI bzw. JKBMS von 1400 bis in der Ausprägung 1650 Euro. Und die teuersten sind halt die von den europäischen Herstellern mit 1800 bis 2400 Euro. Wenn wir das jetzt alles mal rein nach Funktion betrachten, dann sieht die Reihenfolge schon ein bisschen anders aus. An erster Stelle kommt hier auch der selbstgebaute Akku mit einem DALI bzw. JKBMS. Da habt ihr Zugriff mit Bluetooth, könnt alles einstellen oder nahezu alles, könnt alle Parameter anpassen. Als nächstes kämen dann die Akkus der europäischen Hersteller. Die haben Bluetooth, ihr könnt aufs BMS zugreifen, ihr könnt euch die Spannungen der einzelnen Zellen anschauen. Allerdings könnt ihr dort nichts anpassen, keine Parameter einstellen. Und an dritter Stelle kämen dann eigentlich sowohl mein Selbstbau-Akku als auch die chinesischen Fertig-Akkus. Da kann man aufs BMS nicht zugreifen. Bei meinem Selbstbau, sage ich mal, hat man so ein bisschen Möglichkeiten. Natürlich kann man beim Selbstbau das so gestalten, dass man ein bisschen darauf zugreifen kann. Aber wenn ich rein das BMS betrachte, also die Libro 1.1, die ich verbaut habe, da kann ich nichts einstellen. Da gibt es auch andere, wo man ein bisschen was einstellen kann. Da bin ich aber auch nicht so ganz sicher, was dort geht. Und bei den chinesischen Fertig-Akkus, wie gesagt, kann man auch nicht drauf zugreifen. Aber das BMS funktioniert. Es schaltet ab, wenn es abschalten soll. Aber man hat halt keinen Zugriff. Das heißt, zusammengefasst, wenn ihr auf alles zugreifen wollt, alles einstellen wollt, mit Bluetooth die einzelnen Spannungen anschauen wollt, wenn ihr da rumbasteln wollt und wenn ihr die Fähigkeiten habt, einen Akku selbst zu bauen und da gehört ehrlich gesagt nicht viel dazu. Da gehört Plus und Minus und ein bisschen Schrauben und ein bisschen Kabelkrimpen dazu. Dann würde ich euch den Selbstbau empfehlen. Es ist die günstigste Variante und ihr könnt alles oder nahezu alles selbst einstellen. Wenn ihr unbedingt bei negativen Temperaturen laden wollt, dann müsst ihr halt die Winstenzellen nehmen oder müsst euch zusätzlich Heizungen einbauen, dann wird das Ganze halt nochmal ein bisschen teurer. Wenn ihr was Einfaches ohne Schnickschnack sucht, wenn ihr nicht mit dem Handy drauf zugreifen wollt und euch bunte Bilder angucken wollt und wenn ihr in Kauf nehmt, dass ihr euch ein paar Gedanken zum Ladegerät eventuell noch machen müsst, bei drei von vier Herstellern, dann sind die chinesischen Fertig-Akkus in meinen Augen eine gute Alternative für euch. Sie sind nach allem, was ich getestet habe, sicher und funktionieren und sind kaum teurer als die Komponenten für einen Selbstbau. Aber nochmal der Hinweis, bis ihr euch zu den Ohren raushängt, einzig um das Laden bei Minustemperaturen müsst ihr euch gegebenenfalls kümmern, weil wenn ihr so einen Akku bei negativen Temperaturen ladet, dann wird er beschädigt. Schaut euch auf jeden Fall die Videos zu den Tests der einzelnen Akkus an. Wenn ihr euch um nichts kümmern wollt, den Akku einfach einbauen wollt, euch keine Gedanken um eure Ladegeräte machen wollt, wenn ihr mit Bluetooth, mit dem Handy auf den Akku zugreifen wollt und euch die Spannungen und Ströme und bunte Bilder angucken wollt, dann sind die fertigen Akkus der europäischen Hersteller sicher das Richtige für euch und da macht ihr wahrscheinlich nichts verkehrt. So schätze ich das zumindest ein. 100%ig beurteilen kann ich es nicht, weil ich so einen Akku noch nie getestet habe und noch nie in der Hand hatte. Aber ihr braucht halt das nötige Kleingeld. Sowohl preislich als auch bezüglich der Funktion ist man also nach dieser Wertung, wie ich es gerade gemacht habe, bei einem selbstgebauten Akku mit einem modernen BMS und mit den günstigen Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Und ich tendiere weiterhin auch zum Selbstbau, weil ich halt gern weiß, was im Detail verbaut ist und weil ich vor allen Dingen, was die Unterspannungsabschaltung angeht, da gern die Parameter selber einstellen möchte. Das heißt, ich möchte nicht erst, wenn der Akku komplett entladen ist, abschalten, sondern ich habe da gern etwas mehr Sicherheit. Ich werde aber für kommende Projekte, das heißt für die Solaranlage bei uns im Haus, als auch aktuell bei uns im Wohnmobil, im Sprinter, die fertigen Akkus verwenden und werde die weiter testen. Denn ich möchte wissen, ob die auf Dauer die Parameter halten, ob die auf Dauer gut funktionieren. Diesen Aufbau hier, meinen selbstgebauten Akku aus dem Sprinter, bei dem kann ich euch sagen, dass er dauerhaft funktioniert. Den haben wir jetzt, wie gesagt, seit sieben Jahren im Einsatz, der funktioniert. Dazu wird es ein separates Video geben. Was die eben genannte Abschaltung, frühere Abschaltung bei Unterspannung angeht, habe ich auch eine Lösung im Sprinter jetzt verbaut. Dazu wird es demnächst auch ein Video geben. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Überblick, welche Möglichkeiten es gibt und wo die preislichen und funktionalen Unterschiede sind. Lasst mich gern unten in den Kommentaren wissen, was eure bevorzugte Lösung ist und warum. Die von mir getesteten Akkus und alles, was ihr zum Selbstbau von so einem Akku braucht, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Videos zu diesem Thema sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.